Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und als erstes tut mir leid, dass es so dunkel ist, aber mir sind drei Lampen ausgefallen. Ja, also danke an die Technik, wenn man sie braucht, dann funktioniert sie natürlich nicht, ist klar. Auf jeden Fall, oh mein Gott Leute, ich weiß gar nicht, wie mir geschieht und zwar eigentlich habe ich ein komplett anderes Video geplant, aber irgendwie dadurch, dass ich auf einmal 5100 irgendwas Abonnenten habe, innerhalb von einer Woche, dachte ich mir so, wir wollen ja höflich sein und wollen uns erstmal bedanken dafür. Deswegen ist es jetzt ein anderes Video, als ich eigentlich geplant hatte. Und oh mein Gott, es ist einfach so krass gewesen. Ich hatte eigentlich vor ein paar Tagen gerade mal 4000 Abonnenten. Da war ich ja schon, what? Und jetzt habe ich schon 5000 irgendwas und ich sehe mir so, oh mein Gott. Was? Vor allem das 10 Abonnenten von Müttern Video hat über 250.000 Klicks. Ich, 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 ich komme nicht mehr klar, Leute, ihr macht mich so fertig, das ist, das ist einfach mega. Vor allem einfach, einfach so mega unerwartet. Da kommt man so abends in sein Zimmer. Was für ein anstrengender Tag. Oh mein Gott. Oh Gott. Ist so erschöpft vom Tag, dass man sich erstmal auf sein ungemachtes Bett chillt. Okay, chillen ist anders da. Und kommt erst dann mal auf die Idee so, ja ich könnte ja mal wieder bei YouTube vorbeigucken. Hey, ich könnte ja mal wieder auf YouTube vorbeigucken. Oh no no. Und bemerkt erst dann, dass man ja schon über 5000 Abonnenten hat. Yeah, 5000 Abonnenten. Noch blöder ist es natürlich, wenn man seine 4000 Abonnenten, also die Zahl davor, von einer Freundin mitgeteilt bekommt. Oh, Julia ruft an. Ja. Ah, ist mein neues Handy. Ja. Wieso weiß sie das, ich 4000 Abonnenten habe und ich selbst weiß es nicht? Was ich damit ausdrücken will, ist einfach, dass es mega schnell ging. Ich habe euch auf keinen Fall vergessen, natürlich überhaupt nicht. Ich denke jeden Tag an euch, vor allem, wenn ich hier als E-Mail bekomme, was für super süße Nachrichten in mir schreibt. Wirklich, manche Nachrichten sind so süß, es ist mega. Mit dem Ganzen wollte ich einfach jetzt nur sagen, dass es so schnell ging. Wirklich, innerhalb von zwei Tagen hatte ich auf einmal 800 Abonnenten mehr. Und ich komme einfach nicht drauf klar, das ist der Wahnsinn. Vielen Dank an jeden Einzelnen von euch. Und ich hoffe, dass wir natürlich in den nächsten Monaten und Jahren noch mehr werden, dass wir eine richtig kleine Community sind. Und ja, ich hoffe, dieses Video hat euch auch ein bisschen gefallen. Ich habe es extra ein bisschen anders gestaltet als sonst, diese Bedankungsvideos. Das sind ja sonst immer ein bisschen lame. Äh, ja, deswegen lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Ihr könnt gerne meine anderen Videos auch gucken. Und ich kann jetzt schon nicht mehr... Auf jeden Fall bedanke ich mich auch noch. Auf jeden Fall werden in den nächsten Wochen noch mehr Videos kommen. Und, ähm, ja, ich habe auch schon ein neues Video am Start. Dazu muss ich jetzt kurz was sagen. Es heißt, 10 Arten von Töchtern. Das habe ich mit der lieben Julia gedreht. Aber die liebe Julia ist sich leider, wirklich leider ein bisschen unschlüssig, ob sie möchte, dass dieses Video online kommt. Und das kommt, klingt ein bisschen komisch. Ich kann sie verstehen. Das Video ist sehr, sehr, sehr humorvoll. Und, ähm, ja, ich weiß nicht. Ich finde das Video super toll. Und vielleicht könnt ihr mir helfen, die Julia ein bisschen anzustimmen, dass wir das Video doch online stellen können, weil es ist so super geworden. Es ist richtig cool. Und es wäre echt schade, wenn wir es nicht hochladen könnten. Deswegen alle einen kräftigen Daumen hoch. Schreibt es in die Kommentare. Los, Julia, lasst uns das Video online stellen. Wenn nicht, wäre das nämlich sehr schade. Aber da kann ich auch nichts tun. Auf jeden Fall könnt ihr mir vielleicht ein bisschen helfen. Wenn nicht, dann leider nicht. Aber es wäre auf jeden Fall cool. Und, ja, danke, dass ihr euch dieses Video angeguckt habt. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Habt viel Spaß in der Schule. Ja. Und, ähm, dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.